Support Martin ist am Start, sobald ich jetzt mein Headset richtig hingebogen hab. Irgendwie spinnt das heute, das rutscht ständig. So, Tangos hat er. Ich hab Disruptor genommen, Entschuldigung. Gegen Tide, aber auch gegen andere auf der Lane wird sich ein Stick noch lohnen. Krieg ich natürlich schnell Charges, Entschuldigung. In der Pause noch einen Snack gegessen. Jetzt hab ich noch ein paar, muss ich noch ein bisschen schlucken. Tut mir leid, das ist ein bisschen unhöflich. Aber die Runde ging ein bisschen schneller dann als geplant los. Disruptor. Warum Disruptor? Disruptor finde ich sehr gut gegen Weaver, sehr gut gegen Tide. Tide zu Disablen, ohne dass er ein Ulti rauskriegt, ist immer so eine Geschichte. Das ist nämlich nicht einfach. Weil er mit Crackenshell ja Debuffs auch los wird. Aber mit, ähm, im Static Storm eben kann er mal versuchen, das ist nicht geschafft, kann er mal versuchen, so viel wie möglich zu, äh, Crackenshellen. Achso, das ist mein Fehler. You were on top, indeed. Da muss ich mir die Lane ein bisschen pushen. Weichen mich gleich. I stack the pull. So, an dem Fall Kommt man mit. Dann haben wir die Lane einigermaßen eine Kontrolle. So. Schöne Right-Clicks. Okay, jetzt mit einem... Okay, that's a kill. I have Glimpse. Good job. Yeah, and we got the Mango as well. That's great. So. My Weathercraft increases. So, kommen wir ruhig ein bisschen... Glimpse ist auf den Cooldown. Frosty Lawyer. So, jetzt mal... Hierum noch kümmern. Okay. Hat er da gewartet. Gar nicht so ungeschickt. Bauen die hier oben. Okay. Das passt alles soweit. Gleich jetzt mal ein Upgrade auf den Flying Courier. Nee. Kann ich das da rausnehmen? Danke. Dann hole ich nochmal Wards und auch... Ups. Auch mal für die Mitte dann. Okay, da haben sie noch die Gift-Hindies dabei. Die sind immer ziemlich bitter. Die killende Krieg wird eigentlich sehr zuverlässig. Die sind ganz klein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sterben immer so schnell. Das schätze ich dann immer. Genau das. So ungefähr geschafft. Davon nicht zu Last Hitten. Sensationell. Den auch noch verkackt. Wenn schon, dann alles. So, ein Sentry und ein TP. Mal her damit. Mal die Bounty-Rune holen. Auf jeden Fall Glimpse. Noch ein Level. Ein bisschen mit dem Kurier aufpassen, dass er nicht zu weit südlich läuft. Ich glaube, wenn ich den Bounty-Rune wieder eine Weile nicht gesehen habe, lieber ein bisschen zu vorsichtig sein. Jetzt haben wir schon dewarded. Ich stelle mal einen Sentry in die Mitte. Okay, Bounty ist da unten. Oder zumindest Illusions davon. Okay, der hat mein Glimpse von da nach da bewegt, weil er vor fünf Sekunden an der gleichen Stelle stand. Hervorragend. Können wir ein bisschen den Tower pushen. Okay, ich kriege gleich eine Wattel Charge. Danke. X-North Kudon. Double Damage Top. Ouch. Kachin. Your bounty is mine. Das müssen wir schnell aufsammeln. So einen Dust. Noch mitnehmen. Double Damage. Ich habe nicht mit gerechnet, dass er sofort da hilft. Da war ich ja viel zu weit weg leider, als er das gestartet hat. Da war ich ja viel zu weit. Da war ich ja viel zu weit. Da war ich ja viel zu weit. Da war ich ja viel. Nein, ja, woher kriegen wir jetzt einen guter Tausch? Sauber. Wenn wir zwei kriegen sogar. No, 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 no. Schade. Aber der Invoker für mich ist ein guter Tausch, auch wenn man natürlich in Zweifelsfall lieber nicht stirbt. So, nehmen wir nochmal einen Ward mit. Ich möchte ganz gerne meinen Magic Stick zum Magic Wand umbauen. Der ist sehr offensiv nach vorne gestellt. Ich musste mich nur einen Millimeter nach links bewegen, um dem Blood Ride auszuweichen. Und dann stand ich ja trotzdem noch doof in der Gegend rum. So sich geil ist das auch nicht. Sehr schön. Oh, oben ist Action. Ich wollte noch den Wort aufstellen, aber so sieht man das sofort. Nein, der fällt vorher um. Die Sau. Was ich auch noch brauche, sind Arcane Boots. Wenn er wieder sechs wäre, würde das so super sein. Irgendwann ist es soweit. Ich träume davon, aber es wird super sein. Ich glaube, ich gehe als nächstes einfach auf die Arcane Boots direkt. Ich werde jetzt noch mehr schief. Ich werde das so super sein. Und dann schief ich dich. Ich werde das so super sein. Ich werde das so super sein. Ich werde das so super sein. Jetzt werden wir das so sehr gut sein. Ich werde das so sehr gut sein. Sehr witzig. Sie haben es vom drüben noch gesehen, dann hatten sie Highground Vision. Schwierig zu sagen. Ziemlich weit gecastet. Bloodseeker in this. Hier, Bloodseeker in this. Aber er hat keine Ulti. Careful with the Courier. Bloodseeker is around mid. Weaver coming mid. Bloodseeker is in this as well. They are 4 mid probably. Weaver, Bloodseeker, Bounty, Invoker. Auch verdammt nochmal Level 6. On our way bottom. Should be able to kill Tide. Should have just fought there, Underlord. Just drop all your spells. You might have been able to kill them. Das war ein bisschen... Oh, ein Ulti verbollert. Dann auch der Tide-Ulti hat er gemacht, um das TP zu stoppen. War das Problem, dass ich dann nach dem Kinetic Field mein Static Storm mit so einer starken Verzögerung gecastet habe, weil ihm der Thravage mich auch mit erwischt hat. Oh, das ist... Oh, das ist... Ich glaube... On our way in half Dust. Puh, natürlich, kriege ich noch einen Shuriken Toss ab. Na, wir haben drei gekillt, mit den Tile jetzt auch noch bekommen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ein Level. Und dann bekomme ich auch meine Arcane Boots endlich. Das hol ich mir auch gleich mal, bevor irgendwie irgendwer vorbeikommt und mich einfach mal so absammelt, wie es ganz gerne passiert. Ein Bounty, ein Bloodseeker, Weaver. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Wer mich absammeln kann, möchte und tut. Das Double Damage, bevor es einer von den drei genannten aufsammelt. Unten ist der Tide. Da darf ich wieder vorsichtig sein. Moment, jetzt habe ich die Arcane Boots. Damit bin ich schon mal ziemlich glücklich gerade. Mal kurz. Nächsten ist das Camp mal farmen. Oben ist Weaver. Der eine ist bloß ein bisschen dangerous, da hinzugehen. Ich kann TP top, aber ich kann nicht alleine gehen. Jetzt frag ich mir die Stelle erstmal, wie sie zu verjagen. Unten jetzt ein bisschen Dive. Nochmal ein TP einsacken. Das ist relativ wichtig. Unten könnte man gleich ein bisschen Witsch vertragen. Vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht hier. Je nachdem. Gucken wir gleich mal. Ja, da wollte ich reinrennen. Genau so hatte ich das vor. Da unten rennt der Bounty rum. Bounty is bottom. Careful bottom. Drei, zwei. Drei, zwei, drei. Drei, zwei, drei. sehr schön soll mal für alle muss man tp holen als escape das parat haben ich werde einen im jungle aufstellen ja stehen bleiben ist nicht so eine gute idee mein ping ist erstaunlich gut ne hab ich auch schon gedacht deswegen spiele ich auch noch weiter eigentlich um die zeit immer schon 130 und packet loss weiß auch nicht genau was los ist alles auf am samstag und ich darf spielen hat er sein dienst nicht benutzt sein war es auch cooler der firestorm wahrscheinlich wenn ich einfach so nicht genutzt haben irgendeinen grund wird schon geben ich habe ihn ja bloß nicht richtig erkannt ärgerlich ihr habt es vielleicht mitbekommen hat er hier firestorm zum farmen benutzt oder doppelt das nicht gut overlap scheiß mal loswerden als nächstes das jules zepter aus so vielen verschiedenen gründen gut offensiv defensiv debuffs loswerden silences nicht vom blood ride erwischt werden und 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 gast range ist super goldemute ist aber auch super als support das ist nicht wahnsinnig viel aber Tag mit Da hat sich der Wings schon gelohnt. Der Dust wieder mal. Und meine Wahl ist jetzt als nächstes erstmal das Jules-Zepter fertig zu machen. Das ist offensiv-defensiv gut. Dann kann ich aus den Arcane Boots mir eine Exzellenz machen. Ebenfalls gut. So, das würde ich eben mal priorisieren. Dass ich das Jules-Zepter fertig kriege. Dann gibt es wieder Wards. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Inventarplatz. War ich zu langsam jetzt? Okay. Okay, holen wir jetzt auch mal ein paar Wards. Okay. 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 Nice. Wenn er noch schnell genug reagiert. Good reaction. Thank you. Ich hätte vielleicht sogar noch meinen Magic Stick anmachen können, um noch ein bisschen länger zu überleben. Bin ich froh, dass ich einfach weggegangen bin. Das hat mich sehr geärgert. Aber so, schnell weg. Das hätte mir auch das Yule-Zepter wieder sehr geholfen. Mal blöd, wenn man kurz vorm Item ist. Um da den Scheidern im Augenblick länger zu überleben. 10 Stick-Schalte sind schon gut. 150 HP. Aber sind auch gegen die beiden ziemlich schnell weg. Let me get mid, please. I need to finish my Yule-Zepter. Guys. I really need this Yule-Zepter, so I don't die that fast. Let me take the bounty, please. Guys. Oh, never mind. They have no detection. Yeah, I need to finish my Yule-Zepter. Then I can buy new wards and new detection, but... Okay. Okay. On the way top. Okay. Super. stopp eine kurie noch da ist jetzt können wir das mal zum triant bringen und danach halt mein stuff zu mir so der tb pusht jetzt recht fix sehr schön das klingt nicht so gut einfach den sounds die man hört schön sehr sehr schön sehr sehr schön meine ulti ist wieder wieder okay kauf noch mal das so die pinks nicht stabil wahnsinn ungewöhnlich noch ein bisschen länger zocken ja ich brauche jetzt noch mein stuff dann kann ich kontesten auf dem weg wo wow wahrscheinlich nur den invoker bekommen ich habe ein bisschen mehr erhofft mein dust war im backpack ich glaube ich ein bisschen mehr rausholen können schade dass wir auch weaver nicht bekommen aber wir müssen nochmal rein type lapsed brauche ich das eigenes für wieder ein bisschen mehr schaden machen drei sekunden kinetic field cooldown so ist es auf zehn sekunden so ist es auf sieben so stark ist es nicht ich glaube die respawnzeit ist wichtiger tatsächlich in dem fall ich finde das irgendwie ziemlich schwach kinetic field cooldown wenn das halt jetzt ordentlich static storm ordentlich weniger cooldown hätte das glaube ich wäre wesentlich interessanter mit dem tree enthalten wir gut unsere unsere tower wenn er irgendwann agonims hat vielleicht irgendwann dann kann ich die wards sparen mit dem ja let's get a gem dann have dust with me Ja, den Schirm. Ist ja vielleicht sogar wertgewiesen, da meinen Ulti zu committen. Kurir ist hier. Interceptet. Kurir. Oh, wir bekommen die Gem von Bounty. Das wäre toll. Was Weaver genau für Items hat, ob ich erst das Linkens brechen muss, schon eine Weile nicht geschaut. Oder ob man das direkt... Linkens, okay. Also, Thunderstrike vorher. 30 Sekunden auf Cooldown, bevor ich einen Join mit kann. Funktioniert! Trabe lasse Karten! Nur-Dot-Middle-Tiles ist unterteck. Schmerzt. Kannst du es um in die Polizei zu tun? ich will hier weg das assemble danke das sneaks those agonoms das sneaks those agonoms Ich bin auf der top. Underlord, du bist ruptured. Du solltest Bounty killen real fast. And get a gem, that's really important. If you join me, I commit my ult. Now he's in this. Probably coming top. Nein. Ich werde ein Dings nicht rausbekommen, okay. Da hat mich leider der Tide mit dem Ulti damit erwischt. Da bin ich kein Ulti ready mehr. Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Sehr schön. So ein bisschen gewarded und dewarded. I'll deward now. Then you can have it. Vielleicht sollte ich deswegen skillen. Mal das abchecken. Ich brauche dringend einen Tipee. Das brauche ich auch. Eine ganze Inventar hier voll gemüllt. Gut. Wir sind unseren Jungle sicher noch. Wir sind langsam, aber ich will gerade einen Tipee ready haben, falls ich ihn irgendwo begeekne. Help me ward here please. So I'm not alone. But we need some vision at our jungle. So. 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 sulph wenn ich slideshow an die Quрам. Wir geben mir eine Vision, ich habe keine Glimpse. Nur eine Vision. Wir müssen Track loswerden. On my way. We have to jam now, here. Gave it to you. Ist ja nicht nah genug. Das ist die Sache. Ich bin natürlich dann... Sehr schön. Ja, ich stehe noch ganz gut da. Nein. Dem Ausweichen. Alter. What the actual fuck? Ich gucke mal die Haste holen, aber da kann ich ja noch ein bisschen was helfen. Hm? Okay, mit verfolgt. Ich brauche ein Glimpse wieder ready. Oh, fuck. Den Ulti ins Link ins Gesetz. Scheiße. Nein, den anderen genommen. Und es hat geklappt. Beware the codes. Beware the codes. Go on this way. Okay. 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 Jungs. Ist nicht so gut. Au! Warum hat er denn ständig Ulti? Und wie nicht? Danke. Autsch. Anderthalb Lanes Schrott. Autsch. Was haben wir noch auf dem Tibi? Das war krass hier. Das ist natürlich blöd. Fehler können immer passieren, aber es hat ein krasser Fehler. Wenn wir... Wenn wir in den, ähm, ins Linkens den Tibi-Ulti setzen, haben wir den Gem noch? Ich glaube ja, den haben wir nicht verloren. Okay. Can you get a Gem now? Trient? Um, Gem or Wards, I mean. Normal Wards. So I can get. Unfinish my Ex. We could've still done it. Konker. Ich finde, das jetzt genervt ist, aber das hätten wir immer noch machen können an der Stelle. Also, ich bin wieder. Puh, dafür ist das Yule-Zepter gut. Okay, haben wir den Gem ganz verloren. Jetzt haben sie Roshan genommen, das ist nicht gut. Kann ich den Wortsen, bis ich meine Axe enden? Thank you. Send Frees, ja da. Okay. Nein! 500 Attacken noch. Wo sollen die denn herkommen? Braucht er das Geld? Okay, unten Platzseeker und Tide. Und Invoker und Bounty. Okay, unten Platzseeker und Bounty. Ich hab's so gern vor dem Teamkampf fertig gekriegt. Die eine Sekunde mehr Silence ist auch so stark. Ja, ist jetzt nicht ein bisschen überlappt. Hoch-Wald Ta örneum. Undronbar, Karriere! Basta über die Tagen! Karriere, Foster Helge! Zauber. Boah, sehr gut. Oben die Rangetracks, muss er verteidigen. Mal zur nächsten Ulti-Ready. Die Fahrtmann verkauft, das Jules. Auf keinen Fall, das Jules ist extrem wichtig. Das verkaufe ich ganz sicherlich nicht. Der Magic Stick. Wenn ich das jetzt rauskriege. Guardian Greaves. Okay. Ja, wir haben das. Wir haben die Gem zurück. Ah, wir haben. Nice. jetzt müsste man noch ein ghostzepter würde mir so mittel helfen gegen weaver halt gegen bloodseeker ein bisschen gegen invoker nicht wirklich gegen bounty so mittel so Bounty war hier. Bounty hat ein Gem. He shows up. I can dust him probably. Bounty in Bloodseeker Bottom. No. Für eine Sekunde. Give me a vision. I can glimpse in a few seconds. Weaver's here. Go for Weaver. Ah, never mind. She retreats. Ah, thought the rest was there, my bad. Yeah. Das ist nicht gesehen. Schneller. Die Range ist natürlich nicht sensationell. Aber es geht halt so schnell. Fuck. Das geht so fucking schnell. Das ist nicht so groß. Schade. Und wenn einer noch mehr gewesen wäre, dann haben wir dann schon zurück zu repeat. Hätten wir das vielleicht machen können. Bounty might be here. We can catch some Treant. We get the Gem. Yep. Nein. Kurz. Nein. Naja, um haben wir eh nichts mehr, also ganz so, seien sie so ein Schlimmes ist es nicht. Bounty Ventures in this year. Bounty Ventures in this year. Sehr schön. Well done. Bounty Ventures in this year. 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 Missing the bounty. Really great if you catch that bounty with this gem. Bounty Ventures in this year. 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 Talent, Magic Resistance oder Thunderstrike, ist natürlich für die Vision mancher ganz nett. Beides aber eher relativ arm, muss man leider mal sagen. 30 Magic Resistance ist relativ viel, aber irgendwie so richtig geil ist es nicht. Irgendwas noch mit Static Storm, denkt man sich, oder Codown Reduction. Der Top. Was? Ich habe es nicht mehr gesehen. Welche Buybacks haben wir bekommen? Ich habe Bloodseeker-Buyback. Ich habe Bloodseeker, oder Bounty. Sie sind beide hier. Ich habe Vision. Ich habe ihn. Ich habe eine Wart hier. Weaver? Weaver hier. Wir können es hier. Just need to break the Lincolns, and then I can Yule and follow up with a combo. Kill a Weaver! Ah, Steel Ages, my bad. Bisschen zu aufgeregt. My ult needs 30 more seconds. Careful guys, my ult's on cooldown. Wait for my ulti, don't fight without it. Ah! Carrier! Flunderclap! 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 Not done! Flunderclap! Beware the crowds! Das ist alles nicht schön, ich sag's euch. Wir müssen halt die Lanes ein bisschen rauspushen, müssen sie nicht ganz direkt vor der Haustür stehen. Nein, das war keine schöne Situation, ich mag das nicht. Ja, da können wir leider nichts machen da unten. Du bist vielleicht zu sehr auf Weaver. Okay, wir haben Weaver aber noch gekillt. Ja, mit der Entscheidung bin ich jetzt nicht ganz zufrieden. Okay. 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 Für den? Okay. Okay. Boden. noch nicht mal ein tier 3 das schlecht müssen die sehen wenn die jetzt in die base kommen auch mal ein gem dabei habe die sind alle nicht auf einmal auf ok wir haben sie die beiden es noch warum häng ich da unten rum ja Ja, 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 ja. Ja, ne, ging so, das Spiel. Ging so, ging so, ging so. Ja, diese eine Roshan, als wir hätten Roshan holen können, das war schon eine recht wichtige Stelle gewesen, an der wir hätten kämpfen sollen, um eben das Aegis zu bekommen. Ich weiß nicht, der hat ja auch nur durchs Gefahren, der hat ja echt nichts Wichtiges gemacht, der hat irgendwie so ein bisschen komischem, nur vom Movement, komische Sachen gemacht. Aber, ja. So, den Graph zeigen. Da sieht man den Graph hinten. Der Graph. Dann bauen die noch mal den Gem abnehmen. Wir haben es halt nicht geschafft, wir haben ja keinen einzigen Tier 3 geholt. Kein einzigen, dass wir es nicht geschafft haben, die Base mal mehr unter Druck zu setzen. Das ist schon ein bisschen krass. Das ist ein bisschen das, was uns am Ende tatsächlich dann doch gefehlt hat. Wir haben ja schon ab und zu Teamkämpfe gewonnen, aber dann halt den Space nutzen und den Vorteil, um Objectives zu holen, das fiel uns ziemlich schwer, wie man gesehen hat. Teil mit dem Refresher-Ulti hat schon so seinen Teil dazu gemacht. War gar nicht mal so gefarmt. Netzt auch nicht schlecht, aber nur Arcanes, keine Grieves halt. Sonst halt noch der Shivas und Dings. Es geht halt. Da hätten wir schon eigentlich mit umgehen können, müssen, sollen, dürfen. Naja, schade. Schade, schade.